Genau, Markus Anfang. Dynamo eröffnet dieses Topspiel mit Stefan Kurtschke. Die SGD mit Blick Richtung K-Block in der ersten Halbzeit. Der Jan in Rot von links nach rechts. Wir wünschen... Ach man, der kommt in Klasse auf Lämmer verlängert und der kann ins Tempo gehen. Und jetzt ist Platz da. Vier gegen drei Situation, wenn es ganz schnell geht. Hermann mit Zimmerschied gegen Faber. Zimmerschied! Zimmerschied! Mit dem Anstoß, Patrick Hals gibt den Durchgang frei. Und damit wünsche ich mir viel Spaß und gute Unterhaltung. Und da probieren sie direkt mal, Triljatscher, aber mal richtig einen reinzulegen. Was für ein schlitzhöriges Ding von Vietz, der da aber um einer richtig überrumpelt worden wäre von Vietz. Und der war nicht einfach zu parieren. Stimmt einfach und das ist bemerkenswert dafür, dass die Truppe so zusammengewürfelt wurde. Ja, Gepperts draußen, aber der Ball nicht im Tor! Auf der Linie von Bräunig! Und auch nicht abgefiffen von Alt. Da liegt aber noch ein Regensburger am 5-Meter-Raum, deshalb ist das Spiel jetzt unterbrochen. Entscheidend noch weggefischt. Ja, da räumt Ziegele den eigenen Keeper ab und dann Zimmerschied, der an Bräunig scheitert. Megachance zum 1-0 für Dynamo, doch richtig vom Unparteischen das weiterlaufen zu lassen. Oh, da muss man natürlich schon sagen, den kann dann, auch wenn es in der Schnelle ist, vom Zimmerschied, ja, erstmal trifft der Ball nicht. Den kann man dann schon mal machen. Klasse durchgesteckt, sehr viel Platz für Böning. Die Flanke ist auch nicht schlecht, Lemmer zu Unpräzise. Das war mal eine Flanke mit Qualität für den SSV. Zwei Minuten sind wir schon über die Zeit. Und Eisenhutz würde ausführen. Und der kommt gut, und der kommt gut, und der geht rein. Florian Ballas schockt Dynamo in der Nachspielzeit. Und Enox flippt völlig aus. Regensburg schlägt zu durch Ex-Dynamo Ballas. Machen die so viel. Klasse, Eckball. Und dann gewinnt er das Duell gegen Zimmerschieds. Und nickt ihn. Perfekt und wuchtig ein, überhaupt nichts zu machen für Trillaccia. Für Will kein guter Ball. Und jetzt ist Schluss. Alp pfeift ab. Regensburg gewinnt in Dresden. Unfassbar. Mit 1 zu 0. Joe Enox kann sein Glück auch nicht fassen. Der weiß auch nicht, wie das passiert ist. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.